Ja, was los? Ich bin Sido, der Straßenjungen aus dem Block, dein Lieblingsrapper. Und ich wollte euch nur Bescheid sagen, am Freitag, den 13.05. bin ich in Bollwerk in Graz. Und auch wenn es Freitag, der 13. ist, macht euch keinen Kopf. Kommt alle vorbei und wir machen Party und ich zeige euch, dass man auch am Freitag, den 13. glücklich sein kann. DJ Paul Blaze ist mit mir da und wir machen Party. Und falls mich jemand einladen möchte, ich trinke übrigens Jägermeister. Bis dann. Tschüss.